Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder sonntags mit dabei seid bei unserer Hörbuchrunde und auch heute werden wir wieder für euch ein kostenfreies Kapitel zur Verfügung stellen. Die weiterführenden Links zu dem Buch findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt viel Spaß beim Hören. Der Huxley-Effekt. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Benjamin Franklin, Erfinder, Gründungsvater der USA und Schriftsteller, 1706 bis 1790. Es ist offensichtlich, dass ein großer Teil der Menschen, ohne es zu merken, immer mehr fremdbestimmt wird. Einen wesentlichen Anteil daran haben, wie wir gesehen haben, die Medien. Sie geben uns indirekt vor, wie wir denken, uns kleiden und wie wir letztendlich sein sollen. Diese Uniformierung im Denken und Handeln hat inzwischen in allen Bereichen Einzug gehalten. Gleichzeitig wurde schrittweise die persönliche Freiheit jedes Einzelnen gegen die totale Kontrolle eingetauscht. Dabei ist interessant, dass ein großer Denker diese Entwicklung schon vor 85 Jahren in seinem Roman »Schöne neue Welt« genauestens beschrieben hat. Die Rede ist von Aldous Huxley. Sein Buch spielt im Jahr 2450, in dem die Menschen durch Sex, Konsum und Drogen ruhiggestellt werden. Die Herrscher verabreichen ihren Untertanen eine Droge namens Soma, mit der sie ihre Kontrolle sichern. Die Droge dient dazu, den Menschen die Lust am kritischen Denken und an jeder Rebellion zu nehmen und gleichzeitig alle Aspekte des Lebens zu kontrollieren. In Huxleys Roman wurde überdies jegliche Anstrengung unternommen, um das Produkt Mensch zu standardisieren. Ziel war es, eine völlig neue regulierte und geordnete Gesellschaft entstehen zu lassen, in der jeder Einzelne seinen zugewiesenen Platz erhielt. Huxley hatte sich eine Reihe von Methoden ausgedacht, die man anwenden müsste, wenn man diese Art von Diktatur unbemerkt erschaffen möchte. Bereits 30 Jahre nach Erscheinen seines Buches bemerkte er mit Entsetzen, dass viele Dinge, die er weit in die Zukunft projiziert hatte, bereits Wirklichkeit wurden. Wie er jetzt die nahe Zukunft sah, konkretisierte Huxley damals in einem Fernsehinterview. Dort sprach er davon, dass wir gegen unseren Willen in eine Gesellschaftsform hineingedrängt werden, wie er sie in seinem Buch »Schöne neue Welt« bereits beschrieben hatte. Hauptziel sei die Kontrolle durch Ablenkung. Er war der Meinung, dass solange die totale Kontrolle und Repression noch nicht vollständig umgesetzt ist, das Volk Ablenkung und Zerstreuung benötigt. Man könnte es auch Brot und Spiele, wie im alten Rom, nennen, denn das Ergebnis ist letztendlich dasselbe. Alarmierend sprach er von einem zukünftigen Staat, in dem die Bevölkerung nur noch mit Trivialitäten und Klatsch beschäftigt sein wird. Dadurch sind die Menschen nicht mehr an der Wahrheit und den wirklich wichtigen Fragen interessiert, so Huxley. Ferner vermutete er, dass die Menschen bewusst mehr und mehr abgelenkt und mit ununterbrochenem Entertainment und betörenden Sinneseindrücken überflutet werden. Warnend stellte er im Interview fest, dass man derweil im Hintergrund unbemerkt nach und nach alle Regularien und Gesetze abschaffe, die in der Vergangenheit die Freiheitsrechte sicherten, so Huxley. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Hier einige weitere Punkte, die er im Interview anführte. Die Kontrolle über die Menschen wird immer vollständiger in die Hände der Großindustrie und der Regierungsspitze gehen. Dabei wird er seiner Unabhängigkeit beraubt und zu einem Rädchen in der Maschinerie der Organisation. Dies führt zum Verlust der persönlichen Freiheit und einer totalitären Macht von oben. Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und Gewalt an Drohung durchgesetzt. Hauptmittel an der Macht zu bleiben war der Terror. Zukünftige Diktatoren werden diesen Terror nicht anwenden, so Huxley. Nicht, weil sie menschlicher sind als Stalin, Hitler oder Mao, sondern weil der Terror auf lange Sicht relativ wirkungslos bleibt. Sie werden sich stattdessen verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen, durch die man die Menschen manipulieren kann. Wesentliches Ziel der neuen Diktatur wird es sein, die Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Versklavung zu lieben, so Huxley. Ich fürchte, dass die Diktatoren der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treiben. Es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so umgegangen wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen müssten, aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben. Man könnte fast den Eindruck haben, dass er mit einem Fernglas in unsere Zeit geschaut hat und sie detailliert beschrieb. Ende der 50er Jahre sah Huxley noch eine weitere Entwicklung voraus. Es war die elektrische Kontrolle des Gehirns. Er wies darauf hin, dass es eine Reihe von Experimenten gab, die an Tieren vorgenommen wurden. Man hatte kleine Elektronen in verschiedene Gehirnbereiche von Tieren eingeführt und konnte dadurch eine vollständige Kontrolle des Benehmens der Tiere erzielen, so eine Art Vorstufe des RFID-Chips. Er sah es als elementar wichtig an, dass die Menschen darüber Bescheid wissen, was wirklich vor sich geht. Bereits damals wusste er, dass diese Aufklärung nicht über die Massenmedien geschehen wird. Diese Einsicht war in den Anfangstagen des Fernsehens mehr als ungewöhnlich. Die Mehrheit der Menschen stellte nämlich damals das Fernsehprogramm in keiner Weise in Frage und nahm die Verlautbarungen der Sprecher kritiklos hin. Zusammenfassend kann man sagen, dass Huxley eine neue Weltordnung mit einer Art Weltregierung skizzierte, von der wir jetzt nur noch einen kleinen Schritt entfernt sind. Ich hoffe, dass ihr neue Sachen auch dazu lernen konntet bei diesem Hörbuchkapitel. Teilt es dringend mit Freunden und Bekannten, dass unsere Gemeinschaft immer größer wird und schaut euch nochmal die Beschreibung an, weil weiterführende Links findet ihr genau dort. Bis zum nächsten Hörbuchkapitel. Euer Heiko.